9. Ich saß da ohne Schatten und ohne Geld. Aber ein schweres Gewicht war von meiner Brust genommen. Ich war heiter. Hätte ich nicht auch meine Liebe verloren, oder hätte ich mich nur bei deren Verlust vorwurfsfrei gefühlt, ich glaube, ich hätte glücklich sein können. 10. Ich wusste aber nicht, was ich anfangen sollte. Ich durchsuchte meine Taschen und fand noch einige Goldstücke darin. Ich zählte sie und lachte. Ich hatte meine Pferde unten im Wirtshause. Ich schämte mich, dahin zurückzukehren. Ich musste wenigstens den Untergang der Sonne erwarten. Sie stand noch hoch am Himmel. 11. Ich legte mich in den Schatten der nächsten Bäume und schlief ruhig ein. 12. Anmutige Bilder verwoben sich mir im luftigen Tanze zu einem gefälligen Traum. Mina, einen Blumenkranz in den Haaren, schwebte an mir vorüber und lächelte mich freundlich an. Auch der ehrliche Bändel war mit Blumen begrenzt und eilte mit freundlichem Große vorüber. 13. Viele sah ich noch. Und wie mich düngt auch dich, Jamisso, im fernen Gewühl. 14. Ein helles Licht schien. Es hatte aber keiner einen Schatten. Und was seltsamer ist, es sah nicht übel aus. Blumen und Lieder, Liebe und Freude unter Palmen heinen. 15. Ich konnte die beweglichen, leicht verwehten, lieblichen Gestalten weder festhalten noch deuten. Aber ich weiß, dass ich gerne solchen Traum träumte und mich vor dem Erwachen in Acht nahm. 15. Ich wachte wirklich schon und hielt noch die Augen zu, um die weichenden Erscheinungen länger vor meiner Seele zu behalten. 16. Ich öffnete endlich die Augen. Die Sonne stand noch am Himmel, aber im Osten. Ich hatte die Nacht verschlafen. 17. Ich nahm es für ein Zeichen, dass ich nicht nach dem Wirtshause zurückkehren sollte. 18. Ich gab leicht, was ich dort noch besaß, verloren und beschloss, eine Nebenstraße, die durch den Wald bewachsenen Fuß des Gebirges führte, zu Fuß einzuschlagen, dem Schicksal es anheimstellend, was es mit mir vorhatte, zu erfüllen. 18. Ich schaute nicht hinter mich zurück und dachte auch nicht daran, an Bändel, den ich reich zurückgelassen hatte, mich zu wenden, welches ich allerdings gekonnt hätte. 19. Ich sah mich an auf den neuen Charakter, den ich in der Welt bekleiden sollte. Mein Anzug war sehr bescheiden. 20. Ich hatte eine alte schwarze Kurtka an, die ich schon in Berlin getragen und die mir, ich weiß nicht wie, zu dieser Reise erst wieder in die Hand gekommen war. 22. Ich hatte sonst eine Reisemütze auf dem Kopf und ein paar alte Stiefeln an den Füßen. Ich erhob mich, schnitt mir an selbiger Stelle einen Knotenstock zum Andenken und trat sogleich meine Wanderung an. 23. Ich begegnete im Wald einem alten Bauer, der mich freundlich begrüßte und mit dem ich mich in Gespräch einließ. 24. Ich erkundigte mich wie ein wissbegieriger Reisender erst nach dem Wege, dann nach der Gegend und deren Bewohnern, den Erzeugnissen des Gebirges und derlei mehr. 25. Er antwortete verständig und redselig auf meine Fragen. 25. Er antwortete verständig und redselig auf meine Wanderung an. 25. Er antwortete verständig und redselig auf meine Wanderung an.